Die siebte Periode des Periodensystems der Elemente beinhaltet alle chemischen Elemente, die genau sieben Elektronenschalen im Atom besitzen. Die innerste Elektronenschale ist voll besetzt und besitzt zwei Elektronen. Die zweite Elektronenschale mit acht Elektronen, die dritte Elektronenschale mit 18 Elektronen und die vierte Elektronenschale mit 32 Elektronen sind ebenfalls voll besetzt. Die fünfte Elektronenschale besitzt mindestens 18 Elektronen und kann maximal 32 Elektronen aufnehmen. Die sechste Elektronenschale hat mindestens acht Elektronen und kann maximal 18 Elektronen aufnehmen. Die äußerste Elektronenschale, auch Valensschale genannt, kann zwischen einen und acht Elektronen aufnehmen. Somit befinden sich insgesamt zwei und dreißig chemische Elemente in der siebente Periode. Die Aktinoide stellen eine besondere Gruppe innerhalb dieser Periode dar. Auszug aus dem Periodensystem Anzahl der Elektronen in den Elektronenschalen Liste Ähnliches Verhalten wie Quecksilber ABCD der Name entspricht gemäß den IUPAC-Regeln für systematische Elementnahmen der Ordnungszahl. Auszug aus dem 돼요 Auszug Auszug aus